Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Rizard Hallo und ich bin's wieder Okay mach mal einen Cut und ich tue einfach weiter Okay, ich werde das Buch öffnen Nein Nicht reinreden, auf keinen Fall reinreden Dumme Idee, nicht reinreden NIEMALS den Produzenten reinreden Was ist los mit dir? Dass alle wissen, dass du den Cut versaut hast Das wird das mit GEOF, mein Produzenten, mein Koboldus hat das versaut Und jetzt muss ich es irgendwie zusammen zuschnitten und nochmal aneinander schneiden kann Was mit der Spitze, die zu mir ist Das ist auch symmetrisch Und da ist er auch Der Peter Gamsch hat gesagt Ich schaue es dir mal von oben an, what the fuck Ich lasse ihn einfach rennen Dann schneid's Okay Wenn man einen Plastiksackerl leute, keine Angst Ja Fabian, du geh'n Cut machen Du ziegst gottes Plastiksackerl her Jesus Ich geh'n aber vorspulen dann Dann hört mein Text nicht Dann hört mein Text nicht was man sagt Ich mach' einfach weiter, komm, komm Ja, es ist gut Okay Ave satanas Hui curbiter atollere vitae postatem cornibus mortius Ave satanas Hui curbiter atolle vitae postatem Cornibus mortuis So, ey So, ey Das ist nicht anders Vor allem, du bist gefeuert Ich muss jetzt ein Maxi Entschuldigung 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 Ich hole Maxi Und du mach' nicht Nein, jetzt schau' das Nein, jetzt schau' das Ave satanas Hui curbiter atollere vitae postesatem Cornibus mortuis Ave satanas Ich wusste Ich hab's schon einmalig nicht dass das dann so zusammen ist Und ich mach' nicht Lass' rein Lass' rein Fuck off Nix Wir haben nur mit 59 Minuten Es geht sich alles aus Okay, jetzt tun wir Ich geh' mir schon mal reiten Ich dachte, ich kann das ernst überbringen Aber das mit dem Blut Wahrscheinlich Das ist das erste Wo ich ein bisschen gefehlt hab' Aber jetzt tun wir die Küche zu arbeiten Das ist das Meckum auch Okay, erst mal macht er die Ohren Wie gehen die aus? Ich muss das Messer nachwerden Das ist sowieso schon ein bisschen eine Failproduktion bei Resort Studios Ich weiß nicht, ob ich meinen Namen dabei hab' Schau mal, wie du ausschaut Der ganze Serie Wir beten so tolle Musik und alles Du musst aus das mit der Ritualszene Der Kühe bist Fahin, du wirst dich schneiden Der Kühe bist zu hart Fahin, mach das lieber in der Werkstatt Fahin, du bringst dich noch rum Ich schwör's dich Nein, Fahin Pass auf, du tust das Messer zu dir die Klinge Du Ich kann das Das ist Nein Schau mal, ob es gut ausschaut Es ist... Nein, es schaut nicht gut aus wenn du den Bauch stichst Das ist ja schon Das kann mir jeder entpassen Das ist ja dämlich, oder? Ja, das ist lustig Pass auf mit dem Mist Du schneidest dir die R Vor allem, du schneidest dir die R Ach, ich schwör's Ich schneid mir nicht die R Sicher, du wutscht ab und schneidest dir die R Ich schneid mir nicht die R Ich schneid mir nicht die R Ich schneid mir nicht die R Men, Fah, du hast jetzt fast den Schwanz abgeschnitten Ich schneid mir den scheiß Schwanz nicht da Es geht Ich weiß nicht, wie ich das Gehirn reingeben soll Ja, ich weiß auch nicht, wie du das Gehirn reingeben sollst Ich schau mal, ich hab's nicht da Okay, jetzt muss ich noch irgendwie den Mund reinschneiden Fabian Du wirst dich Ja, okay Vertrauen wir mich Ich mein, inaktiv Kohle Entschuldigung Und Grey Raven Studios Du wirst wohl nichts mit deiner Karriere Wenn du bei mir arbeitest Du zerstörst Du zerstörst mein ganz Mein Filmstudio Und die Augen fliegen raus Du zerstörst das Ja, ich kann nicht wieder reinstecken Ja, dann tu doch mal raus Es ist gefährlich, oder? Fabian, der gute Name von meinem Filmstudio Ich hab die Monster geproduziert Und Regie Ich klingt aber keiner Fabian, das waren alles super Hits Hab ich mindestens 20 Euro gemacht Okay Ich hab echt keinen Warten Vielleicht Genau Ist das jetzt Höhlenkürbis Der super gruselige Vor dem alle Angst haben Wahrscheinlich, ja Würde ich schon sagen Okay Hier kommt das grüppige Teil Und zwar das Gehirn Da reingehen Dann würde ich aber einen Schreieffekt Noch dazugeben Man schreit das Gehirn raus Sich an saugriffigen Schrei Nein, es geht nicht um Dass das Gehirn raus schreit Es geht darum, dass ich einen Deckel aufschneide Und das Gehirn rausnehme Der Deckel ist nicht offen Ich weiß nicht, ich muss jetzt rein schreit Du bist ja in den Mund rein Fabian, wie spiel ich es eigentlich Das ist super Production Supergeile Production Wegzudrücken, soll ich den Augen um die ganze Zeit machen? Ja, du filmen an mich, ich schneide das dann so an, was du willst Da, schau es dir an Ja, ich nehme es rein Und du, ich möchte gewaschen machen Okay, nochmal von vorhin Zuerst mich, ich muss gefilmt sein Der Kühe ist noch nicht, du schaust da noch Ich nehme ihn dann, ja Zumen auf dich Nein, du kannst an, was du nicht das Blut erspukt Okay Hm Mmm Cheers Das war's Das war's Das war's Fabian 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 ist was Fabian Wir haben Unendet! Ich hab nur noch ein paar Fragen gespricht. Ich kann ja alles verwenden.